Ihr könnt Premium gewinnen. Und zwar werde ich jetzt einen Monat lang Daily-Videos machen. Das bedeutet vom 2. Mai bis zum 31. Mai. In diesen Videos wird insgesamt sechsmal Premium verlost. Dreimal Premium wird übrigens vom GOMA, der der Web-Server gesponsert. Deswegen nochmal vielen Dank der Hersteller. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter diesem Video hier zu verfassen. Am Ende werden zufällige sechs Videos von diesen 30 Videos rausgesucht. Und dort wird auch mit einem YouTube-Random-Peaker einfach ein zufälliger Kommentar rausgelegt. Wie gesagt, insgesamt sechsmal einen Monat. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einfach euren Ingame-Namen auch mit in die Kommentare zu schreiben. Und Abonnent sein, lol. Irgendwie gibt es auf dieser Memphia keine langen Runden. Sorry, ja. Ich habe das nicht in die Kommentare. Das war's! mal versuch es! VerПрichte! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020